Hi und willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Mario Party. Ich bin ein kleiner Toad und ich würfel nicht sehr Gold. Ich weiß, dieser Reim war nicht gut, deshalb sehen wir uns im Minispiel wieder. Und, ihr seht, wir sind hier im Schießstand unterwegs. Und es ist wieder eine kleine Partie und ich finde... Uhuhu, das war gerade nicht sehr nett. Wow, ich kann treffen. Oder auch nicht. Hä? Ja, er trifft nicht. Oder so. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn doch gerade am Bein getroffen. Oder ich bin wirklich ein mieser Schütze. Oh, Junge. Da, den hätte ich doch eigentlich treffen müssen. Wow, ein Punkt. Krass, ey. Ja, noch ein Punkt. Wenn das so weitergeht, habe ich zwei Punkte. Aber man muss alles mit Humor nehmen. Und, ja, wir hoffen, dass... Wow, doch fünf. Krass. Wir hoffen, dass mein Würfelglück besser ist, als ich spiele. Eine sechs. Ja, also das ist auf jeden Fall besser. Gut. Seht mal, was wir hier wieder haben. Die Replika. Ein schönes, kleines Zappel-Philips-Spiel. Und ich hoffe mal, dass ich mich nicht schon wieder... Ach, ich wollte schon sagen. Okay. Ich habe Angst. Ja, nee, ist klar. Ich hoffe, das ist so gemeint. So. Naja. Nee, das schaffe ich nicht. Sind wir mal ehrlich. So, so, so. So, so. Gott. Jung, was machst du denn? Aha. Nee. Ich kriege hier noch einen Herzinfarkt wegen der Sache. Eins, zwei, drei. Nee. So. Nein. Sieben und acht. Siebzig. Sehr witzig. Nee. Aber wir versuchen immer, das Beste aus der Sache zu machen und... so, 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 so. Ich sage gerne so, um mich selbst von meiner Nervosität abzulenken. Oh, nein. Oh, nein. 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 Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja. Ja. Genial vergeigt. Jung. Das schaffe ich nicht. Jetzt aber. Toll. Schön für dich, dass du es geschafft hast. Kann ich auch mitzuhören ändern. Na ja. Hätte mich irgendwie auch gewundert. Das ist nicht mein Spiel. Würfel, Würfel, Rolle und gib mir was ordentliches. Eine Drei. Wehe, ich lande wieder vor allem. Na, Gott sei Dank. Ich glaube, ich bin jetzt besser, als ich bei meiner letzten Partie war. Aber, wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Und ich hoffe mal, dass ich dieses Mal ähnlich gut bin, wie jetzt bei meinem... Weiß ich gar nicht mehr, wann die letzte Runde Bows blieb war. Ich muss einfach versuchen, den... den Leuten hier auszuweichen. Und defensiv zu spielen. Haha, das war aber nischt. Und vor allem, ich will euch der Schmach entgehen, als erster rauszufliegen. Wow, klasse. Hast du fein gemacht. Uh. Oh. Wisst ihr, was wirklich Fail wäre? Boing. Hahaha. Den Sprung nehme ich, wenn ich kurz vorm Abschmieren bin. Ja, ich bin viel zu passiv. Ah, und warum laufe ich nicht? Gut. Ja. Von wem wurde ich getötet? Naja, egal. Es war auf jeden Fall recht gut. Finde ich zumindest. Und da wären wir wieder bei unserer Würfelpartie. Und wir kriegen eine... Ohne Worte. Klasse. Minus eins. Danke, Spiel. Und, wie ihr sehen könnt, seht ihr das Grauen aus Wolle. Das einzig Gute, was ich daran hoffe, ist, dass ich nicht in die Lava plumpse. Naja. Großartig. Hä? Hat da gerade einer an Bogen... Irgendwas unter mir abgebaut? Oder ich... Bin völlig planlos. Das ist alles so zufällig hier. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier machen muss. In die Lava fallen. Zum Beispiel. Haha. Und ich sag noch. Ich will alles machen. Nur nicht in die Lava fallen. Tja. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis dahin. So, lasst uns hoffen, dass wir kein A1 würfeln. Und eine 6. Ach Gott sei Dank. Das wäre dann eigentlich eine plus 5. Sehr gut. Mal schauen, was wir jetzt kriegen. Und erneut. Seht ihr nichts? Und ich hoffe... 1, 0. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Was Gutes, was Gutes. Hahaha. Hallo? Warum... Warum packe ich zurück? Danke, Spiel. Es war irgendwie auch klar, dass ich das nicht schaffe. Danke. Nochmal danke. Ach ja. Manchmal war es eigentlich klar. Da brauche ich es gar nicht erst zu versuchen. Und? Würfen wir wenigstens was Gutes? Eine... Zwei. Platz 8... Fällt 18 immerhin. Besser als nichts. Wie ihr sehen könnt, spielen wir jetzt das Spiel Knockout. Und ich hoffe, dass ich ein paar abstauben kann. Gott. Raus, 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 raus. Ja, wir haben uns gegenseitig getötet. Lustig. Nicht lustig. Ach. Aber wenigstens einen habe ich kaputt gekriegt. Wof, wof, wof. Gitten. Einen habe ich. Wow. Abstaubar. Das ist meine Sache. Gehen. Gehen. Es ist wirklich... Nicht die schönste Spielrunde, aber... Ja, genau. Schaffe ich in diesem Spielmodus noch zwei? Komm. Es kommt natürlich immer einer von hinten, der unbedingt abstauben muss, wenn zwei am Kämpfen sind. Hey, das ist meine Methode. Hm? Ja, wo? Irgendwie ist das, Alter. Item, item. Mein Item. Meins. Ja, naja, klar. Dankeschön, du blöden Abstauber. Das ist meine Sache. Wow. Ich habe es geschafft, jemanden runterzuhauen. Hä? Habe ich den... Habe ich nicht gerade einen runtergehauen? Wow, klasse. Ich werde durchgereicht wie eine alte Socke. Hm? Na los, komm schon. Wie setzt man diesen blöden Stock ein? Sagt's mir. Ich habe keine Ahnung. Immerhin, Achterplatz. Langweilig. Und wir würfeln, wir würfeln, wir würfeln etwas... Wieses. Na toll. Und, wie man sehen kann, das Spiel ist vorbei. Schön, beziehungsweise nicht schön. Aber was soll's, ich bin auf dem sieben Platz. Habe meine ersten 10 gemacht. Und ja, damit habe ich eigentlich erreicht, was ich erreichen wollte. Na denn, das war's dann einmal mit Mario Party. Es war wieder mal eine kleine, recht, sagen wir mal, unterhaltsame Folge. Ich habe mich unter die ersten 10 vorbereitet. Beziehungsweise vorgewürfelt. Weil von Spieleglück kann man hier nicht reden. Aber, na ja. Das Ergebnis zählt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und, tschüss. Bis dahin. Bis dahin.